Heinrich Himmler, sein Name ist nicht nur in der deutschen Geschichte, sondern auch im dunklen Gesicht der Menschheit tief verankert. Er war eine der prominentesten Figuren des Naziregimes und der Gründer und Führer der SS-Schutzstaffel. Himmlers Leben gleicht einer komplexen und erschreckenden Reise. Auf dieser Reise werden wir sehen, wie sich ein faszinierender Verstand und gleichzeitig eine grauenhafte Brutalität vereinen und enthüllen, welche Bestie hinter den scheinbar humansten Gedanken steht. Dieses Video wird die Türen öffnen, um Heinrich Himmlers Leben und seine dunkle Welt zu erkunden. Seid bereit, denn es wird eine tiefgründige Reise sein, aber sie wird uns daran erinnern, wie wichtig es ist, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, indem wir die düstersten Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken. Heinrich Ludpold Himmler, am 7. Oktober 1900 in München geboren Er war das zweite von drei Kindern der Familie Himmler. Sein Vater, Josef Gebhard Himmler, war stellvertretender Schulleiter an einer örtlichen Schule und ein gläubiger Mensch. Obwohl die Familie nicht reich war, führten sie ein komfortables Leben und genossen Ansehen in der lokalen Gemeinschaft. Heinrich Himmler war als Kind häufig krank und galt als zurückhaltendes Kind. Trotz seiner unregelmäßigen Schulbesuche war er ein fleißiger Schüler und hatte Erfolg. Zudem wurde er in einer religiösen Umgebung erzogen und sah es als seine wichtigste Aufgabe an, der Kirche zu dienen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wollte Himmler wie viele andere deutsche Jugendliche in der Armee dienen und bewarb sich bei der deutschen Marine. Trotz der Bemühungen seines Vaters wurde er aufgrund von nicht erfüllten Standards abgelehnt. Während des Ersten Weltkriegs beantragte Himmler erneut die Aufnahme in eine Offiziersschule und wurde diesmal akzeptiert. Allerdings konnte Himmler die Schule nicht abschließen, da der Krieg endete. Nach dem Ersten Weltkrieg schloss sich Himmler einer der Freiko-Einheiten an, die in Deutschland gegen kommunistische Unterstützer kämpften. Er diente auch in verschiedenen paramilitärischen Organisationen, die gegen den Verseiler-Vertrag waren, nahm jedoch nicht aktiv an bewaffneten Kämpfen teil. Eine seiner größten Überzeugungen war es, dass ein bedeutender und visionärer Anführer Deutschland wieder aufbauen könne. Himmlers Familie war religiös, aber nicht judenfeindlich eingestellt. Doch in seinen Zwanzigern wurde Himmler von judenfeindlichen Schriften und Broschüren in Deutschland beeinflusst. Er verband die Niederlage des deutschen Volkes, den wirtschaftlichen Zusammenbruch und die Demütigung Deutschlands mit verschiedenen Verträgen, und begann zu glauben, dass alle Schuld bei den Juden liege. In seiner Jugend strebte er trotz fehlender Unterstützung seiner Familie nach individuellem Erfolg, da die Ordnung in Deutschland nicht den Werten entsprach, die sein Vater ihm vermittelt hatte, und er sogar über eine Auswanderung aus Deutschland nachdachte. Im Jahr 1922 besuchte er die sowjetische Botschaft und informierte sich über die Möglichkeit, als Landwirtschaftsmanager in die Ukraine zu ziehen. Ende 1922 hatte Himmler seine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen und begann als landwirtschaftlicher Assistent in einem Düngemittelfabrik zu arbeiten. Im Jahr 1923 trat er der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei bei. Nach dem Beitritt zur Partei begann er, in der Einheit bekannt als SA oder braune Händen, mitzuwirken. Am 8. November 1923 versuchten Hitler und seine Anhänger einen Putsch, um die Macht zu ergreifen. Dieser Vorfall wird als Birkeller-Putsch bezeichnet, an dem auch Himmler teilnahm. Zu dieser Zeit war Himmler jedoch ein unbekanntes Mitglied in der Partei und nur ein einfacher Funktionär, der die Parteiflage trug. Nach dem scheiternden Putsch wurden viele Parteiführer verhaftet. Himmler wurde ebenfalls verhört, aber aufgrund unzureichender Beweise freigelassen. Aufgrund seiner Teilnahme am Aufstand wurde er jedoch von seiner Stelle in der Düngemittelfabrik entlassen. In dieser Zeit, in der er knapp bei Kasse war, musste Himmler seine Träume beiseite legen und zu seiner Familie zurückkehren. Als er zu seiner Familie zurückkehrte, hatte er bereits eine andere Persönlichkeit angenommen. Seine ruhige Persönlichkeit war einer aggressiven und gereizten Person gewichen. Am wichtigsten war, dass er nach einer religiösen Jugendzeit begann, seine religiösen Gefühle aufzugeben. Himmler begann bereits in dieser kurzen politischen Phase Hitler zu bewundern. Insbesondere war er von Hitlers Verteidigung während des Prozesses beeindruckt und dachte, dass er unter allen Umständen an der Seite dieses Mannes sein sollte. Mit dem Ende des Verbots der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei begann für Himmler eine Wachstumsphase, in der er das Sekretariat des prominenten Parteipolitikers Gregor Strasser übernahm. In dieser Zeit hielt Himmler in kleinen Siedlungen Reden im Namen der Partei, die gegen Juden und den Kommunismus gerichtet waren. Strasser versuchte, nachdem Hitler ins Gefängnis gegangen war und er glaubte, dass Hitler seine frühere Beliebtheit nicht wiedererlangen könne, die Führung der Partei zu übernehmen, woraufhin ein Machtkampf zwischen Hitler und Strasser begann. Himmler schlug sich in diesem Machtkampf auf die Seite seines Chefs Strasser und stand gegen den von ihm bewunderten Hitler. Nachdem Hitler diesen Machtkampf gewonnen hatte, wechselte Himmler die Seiten und wurde einer von Hitlers Gefolgsleuten. Nach dem Ende dieses kleinen Konflikts stieg Himmler schnell in der Partei auf. Im Jahr 1926 war er der stellvertretende Propagandaleiter und der zweite Befehlshaber der SS, bekannt als Reichsführer SS. In dieser Zeit fungierte Himmler als Sprachrohr für seine Gefühle und präsentierte Hitlers Buch, Mein Kampf. Im Jahr 1928 heiratete Himmler Margarete Boden. Seine Frau Margarete war blond, blauäugig und groß, sie war also Himmlers Idealbild einer deutschen Frau. Inzwischen setzte sich Himmlers Aufstieg in der SS fort. Um ein wenig Hintergrundwissen über die SS zu geben, sie wurde Mitte der 1920er Jahre als Hitlers persönliche Schutztruppe gegründet und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer komplexen Organisation. Während seiner Tätigkeit in einer Düngemittelfabrik bewies Himmler seine organisatorischen Fähigkeiten und hatte auf diesem Gebiet viel Erfahrung. Zudem hatte Himmler eine Affinität zum Militär und bemühte sich intensiv darum, an die Spitze der SS zu gelangen. Aufgrund seiner Arbeitsethik ernannte Hitler Himmler am 6. Januar 1929 zum Reichsführer SS. Hier möchte ich eine Warnung aussprechen, da sie Uniformen trugen, könnten sie als Soldaten angesehen werden, aber bis 1933 hatte die SS keinen offiziellen Platz in der deutschen Armee. 1933 wurde die militärische Abteilung der SS, die Waffen-SS, gegründet und begann, in der Armee präsent zu sein. Die von Himmler geführte SS war eine kleine Abteilung der Braunhemden unter der Führung von Ernst Röhm, aber Himmler wollte die SS zu einer der besten Einheiten in Deutschland machen. Zu dieser Zeit gab es nur 200 Personen in der SS, aber innerhalb von fünf Jahren erhöhte Himmler diese Zahl auf 50. Diese Personen wurden sorgfältig ausgewählt und erhielten eine spezielle Ausbildung. Im Jahr 1931 begann Himmler damit, in der SS neue Einheiten zu gründen. An der Spitze der ersten Einheit, die zunächst als 1c bezeichnet wurde, stand Reinhard Heydrich. Diese Einheit sollte als geheimer Nachrichtendienst innerhalb Deutschlands operieren und alle Aktivitäten gegen Hitler verfolgen. Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Kanzler ernannt, aber die Führer der Braunhemden, insbesondere Ernst Röhm, die ihm während seines Machtaufstiegs sehr geholfen hatten, wurden für Hitler zu einer Bedrohung. Hitler war nun an der Macht und benötigte keine gewaltbereiten Personen mehr, die zu Gewalt anstachelten. Daher wurde die »Nacht der Langenmesser« durchgeführt, bei der die Braunhemden entmachtet wurden und Himmler zu Hitlers rechter Hand wurde. Ernst Röhm, der Anführer der SA, war für Hitler gefährlich geworden, und Himmler wollte diese Gelegenheit nutzen. Himmler bereitete gefälschte Dokumente vor, die auf angebliche Umsturzpläne von Ernst Röhm und der SA hinwiesen, und legte sie Hitler vor. Zudem wurde eine Liste mit allen Personen erstellt, die eine Gefahr für die Partei darstellen könnten. Selbst Himmlers ehemaliger Chef Gregor Strasser befand sich auf dieser Liste. Am Abend des 30. Juni 1934 wurde Ernst Röhm festgenommen, und dies hatte einen enormen Einfluss auf Himmler und die SS-Organisation. Hitler wollte Röhm eigentlich nicht töten, obwohl er als gefährlich betrachtet wurde, darum eine bedeutende Rolle in Hitlers Aufstieg gespielt hatte. Doch Himmler verlangte seine sofortige Beseitigung. Himmler betonte, dass in der Politik kein Platz für Emotionalität sei. Als Himmler diese Operation organisierte, wurde er plötzlich zu Hitlers engstem Vertrauten. Daher wurde die deutsche Geheimpolizei-Gestapo von Hermann Göring genommen und Himmler und der SS unterstellt. Himmler hatte nun große Macht innerhalb der Partei und des deutschen Staates. Die SS wuchs stetig und es wurden verschiedene Einheiten hinzugefügt. Auch die Gestapo und alle deutschen Polizeikräfte wurden Himmler unterstellt. Am 11. Oktober 1936 hielt Himmler eine interessante Rede an der Deutschen Rechtsschule, einem bemerkenswerten Ort. Die Rechtsschule bildet Personen aus, die für die Justiz zuständig sind. Doch Himmler sagte in seiner Rede, dass Verfassung oder Rechtsregeln für ihn nicht wichtig seien. Für ihn sei das Wohl des Führers und Deutschlands entscheidend. Wenn es Verstöße gegen das Gesetz durch die SS oder Gestapo gebe, sollten sie nicht zu ihm kommen, denn es würde ihn nicht interessieren. Dies war ein Anzeichen dafür, dass die SS in Zukunft schwere Verbrechen begehen würde. Vor dem Krieg überprüfte Himmler persönlich nahezu alle Bewerbungen für die SS und wollte keinerlei rassische Unklarheiten in der SS haben. Alle SS-Mitglieder sollten reinrassige Deutsche sein. Am 28. Oktober 1939 erließ Himmler eine äußerst interessante Anordnung. Er befahl, dass männliche SS-Mitglieder mit speziell ausgewählten, reinrassigen deutschen Frauen Nachkommen zeugen sollten. In dem Lebensbornprogramm brachten die für Mutterschaft geschulten Frauen Kinder von SS-Mitgliedern zur Welt. Wenn diese Frauen dies ablehnten, wurden sie wegen Verrats am Staat angeklagt. Es gab jedoch auch eine andere Seite. Die SS war zu jener Zeit eine hoch angesehene Institution in Deutschland. Deutsche Frauen waren bereits daran interessiert, einen SS-Angehörigen zu heiraten. Während der Hitler-Ära war Himmler die Person, die das Konzept der reinen Rasse am stärksten befürwortete. Allerdings entsprach Himmler selbst fast keiner der von ihnen festgelegten rassischen Standards. Darüber hinaus erließ er auch den Befehl, dass jedes SS-Mitglied mindestens ein Kind haben sollte. In der Zukunft gründeten insbesondere die führenden SS-Offiziere kinderreiche Familien. Eine weitere unmoralische Anordnung war die Erlaubnis für SS-Mitglieder, mehrere Ehen einzugehen. Als der Krieg begann, wollte Himmler aufgrund seiner Besessenheit von der reinen deutschen Rasse die SS für ethnische Säuberungen in den besetzten Gebieten einsetzen. Hierbei sollten nicht nur Juden, sondern auch Slaven, Roma, Homosexuelle, Kommunisten und sogar diejenigen, die nur geringfügig negative Ansichten über Deutschland äußerten, diesem Massaker ausgesetzt werden. Deutschland griff 1941 die Sowjetunion an, während die deutsche Armee vorrückte, folgten ihnen auch die SS-Einheiten. Diese Einsatzgruppen begannen damit, die Menschen in der Region zu trennen. Einige behaupteten, dass dies erfunden sei, dass keine ethnische Säuberung stattgefunden habe und es sich um Propaganda handele. Aber eine der gründlichsten Vorgehensweisen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg war die sorgfältige Archivierung. In dieser Zeit konnte selbst die kleinste Spur verfolgt werden, sobald die richtigen Dokumente gefunden wurden. Im Jahr 1941 meldete ein Offizier dieser Einheiten, dass sie allein in zwei Monaten 90.000 Zivilisten getötet hätten und lobte dies als großen Erfolg. Diese Methode belastete nicht nur die Psyche der Beteiligten, sondern war auch kostspielig und zeitaufwendig. Daraufhin begann Himmler an einer einfacheren Lösung zu arbeiten. Zunächst wurde der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Franz Ferdinand Höß, nach Berlin gerufen. Er sollte eine schnelle Lösung für die ethnische Säuberung finden, und Himmler betonte, dass Auschwitz dabei eine entscheidende Rolle spielen würde. Eine weitere wichtige Aufgabe wurde Adolf Eichmann übertragen. Eichmann war für die Erfassung und den Transport der Menschen verantwortlich. So begannen die Massaker, die als Endlösung in die Geschichte eingehen sollten. Wenn man von Massakern spricht, denkt man natürlich an Gaskammern. Die Gaskammer war keine geplante Aktion, sondern eine Methode, die rein zufällig entdeckt wurde. Ein Insektenbekämpfungsmittel namens Zyklon wurde versehentlich von deutschen Soldaten aktiviert und tötete die Soldaten innerhalb von 15 Minuten. Der Lagerkommandant Rudolf Höß ließ eine Baracke errichten und testete das Gas angefangenen. Als der Test erfolgreich war, wurde ein Bericht darüber Himmler vorgelegt. Danach wurden riesige Baracken für diesen Zweck gebaut und das Zyklongas wurde weiterentwickelt, um effektiver zu sein. Im Jahr 1942 besuchte Himmler das Konzentrationslager Auschwitz und sah diesen Prozess mit eigenen Augen. Anschließend wurde Propagandaminister Josef Goebbels ebenfalls in die Lager gebracht, um dies zu legitimieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Goebbels argumentierte jedoch, dass dies nicht positiv für die Öffentlichkeit dargestellt werden könne und heimlich geschehen solle. Hitler stimmte Goebbels zu. Himmler legte nach diesem Besuch keine detaillierte Berichterstattung bei den Treffen vor. Als Himmler zu diesen Ereignissen befragt wurde, sagte er nur, dass er mit dem Gesehenen zufrieden sei. Mitte 1944 hatte sich der Verlauf des Krieges vollständig geändert und die Wehrmacht warnte Hitler ständig davor, dass die Dinge schlecht liefen. Doch Himmler behauptete gegenüber Hitler stets, dass die Lage gut sei. Eine der größten Kontroversen rund um Himmler war, dass er trotz seiner Position an der Spitze eines riesigen Geheimdienstes keine Informationen über das Attentat am 20. Juli 1944, das als Hitlers Geburtstagattentat bekannt ist, erhalten oder ignoriert hat. Nach dem Attentat wurde Himmler beschuldigt, einer der Drahtzir zu sein. Tatsächlich hatte er sogar drei Tage vor dem Attentat, am 17. Juli 1944, die Verhaftung der beiden Hauptverschwörer nicht genehmigt, was diese Vermutungen verstärkte. Darüber hinaus hat das ruhige Verhalten der SS anstatt einer harten Haltung am 20. Juli die Gerüchte weiter angeheizt. Einige Forscher behaupten, dass Himmler versucht habe, Hitler zu ersetzen, während andere glauben, dass dieses Ereignis auf die komplexe Struktur der SS und die geschickte Ausnutzung der Schwachstellen in dieser Struktur durch die Verschwörer zurückzuführen ist. Während die Frage, ob Himmler Hitler verraten hat oder nicht, weiterhin diskutiert wird, besteht die allgemeine Meinung darin, dass Himmler verräterisch gehandelt hat. Während die sowjetischen Streitkräfte Berlin entgegenrückten, gehörte Himmler zu denjenigen, die die Stadt zuerst verließen. Er befahl auch die schnelle Zerstörung der Lager und das Hinterlassen keiner Beweise. Allerdings war die Existenz der Lager den Alliierten bereits vor 1945 bekannt. Zum Beispiel gab es am 14. Oktober 1943 einen Aufstand im Lager Sobibauer, bei dem 300 Gefangene entkommen konnten. Als Himmler von dieser Information erfuhr, wurde angeordnet, dass das Lager sofort zerstört und eine Spurenbeseitigung ohne Rückstände durchgeführt wird. Dieses Ereignis wurde Hitler nicht mitgeteilt und innerhalb der SS geheim gehalten. Die entkommenen Gefangenen berichteten den Alliierten von der Situation. Jedoch konnten in den angegebenen Orten keine Beweise von Aufklärungsflugzeugen gefunden werden und man glaubte, dass die Berichte aufgrund des psychologischen Zustands der Flüchtlinge übertrieben waren. Himmler glaubte nun, dass Berlin fallen würde und er mit den Alliierten eine Vereinbarung treffen könne. Er argumentierte, dass er und die SS-Einheiten in der neuen Weltordnung wichtig seien und insbesondere im Kampf gegen den Kommunismus den westlichen Alliierten große Hilfe leisten könnten. Himmler floh drei Tage nach seiner Flucht aus Berlin und traf sich mit dem schwedischen Diplomaten Graf Volke Bernadotte. Himmler schlug vor, die westlichen Gebiete, die immer noch unter deutscher Kontrolle standen, an die westlichen Mächte zu übergeben und gemeinsam gegen die sowjetischen Streitkräfte anzugreifen. Er hoffte sogar, den amerikanischen Oberbefälshaber General Dwych D. Eisenhower zu treffen. Am 28. April 1945 wurde in einer Rundfunkübertragung der BBC in London berichtet, dass Hitler gestorben sei und Himmler ihn ersetzt habe. Zu dieser Zeit war Hitler jedoch noch am Leben und diese Nachricht erreichte ihn bald. Hitler wurde mit einem unerwarteten Verrat konfrontiert. Er befahl sofort die Verhaftung von Himmler und ordnete sogar an, dass er sofort erschossen werden sollte, wenn man ihn sieht. Doch einige Tage später beging Hitler Selbstmord. Nach Hitlers Tod wurde Karl Dönitz zum Führer ernannt. Am 1. Mai trafen sich Himmler und Admiral Karl Dönitz in einem Marinekaserne. Karl Dönitz wollte sich den Alliierten ergeben, aber Himmler behauptete, dass die SS-Einheiten eine wichtige Rolle in der neuen Weltordnung spielen würden. Karl Dönitz lehnte Himmlers Forderung ab. Da er nicht die gewünschte Antwort erhielt, begann Himmler zu fliehen. Himmler wurde am 22. Mai 1945 in der Nähe von Hamburg von einer britischen Patrouille gestoppt, nachdem er seine Identität und sein Aussehen verändert hatte. Die Briten nahmen diese Person, die unter dem Namen Heinrich Hitzinger registriert war, gefangen und brachten sie in ein Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Bremen. Die Briten hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt, dass es sich bei dieser Person um Heinrich Himmler handelte. Nachdem Himmler einige Tage lang unter normalen Soldaten verbracht hatte, entschied er sich, einen neuen Plan zu schmieden. Er offenbarte seine wahre Identität den Lagerkommandanten und bat darum, mit einem ranghohen Offizier zu sprechen. Als Himmler seine Identität preisgab, hoffte er auf Respekt, wurde jedoch zur Verhinderung seines Selbstmords für 24 Stunden unter Beobachtung gestellt. Der Lagerkommandant forderte einen Arzt an, der eine Leibesvisitation durchführen sollte, bevor Himmler weiter befragt wurde. Als der Arzt Himmler in den Mund schaute, bis Himmler auf eine mit Zyankali präparierte Kapsel für Nazis und wurde innerhalb von zwölf Minuten vergiftet und starb. Heinrich Himmler, ein Mann, der die Schrecken der Geschichte verkörpert. Seine Taten und Ideologien haben uns gelehrt, wie zerbrechlich die Menschlichkeit sein kann. Während wir uns von seiner finsteren Vergangenheit abwenden, müssen wir uns bewusst sein, dass solche Figuren nicht vergessen werden dürfen. Himmlers Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Stimme gegen Hass, Intoleranz und Unterdrückung zu erheben. Lassen Sie uns diese dunkle Seite der Menschheit nicht ignorieren, sondern sie als Mahnung nutzen, um eine Zukunft zu gestalten, in der Toleranz, Gerechtigkeit und Mitgefühl vorherrschen. Möge die Erinnerung an Himmler uns lehren, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eine Welt aufzubauen, in der sich die Schrecken der Vergangenheit nie wiederholen. Wenn Sie mein Video bis hierhin angeschaut haben und immer noch nicht meinen Kanal abonniert haben, abonnieren Sie bitte und vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke einzuschalten. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr keine neuen Videos verpassen möchtet, abonniert doch bitte meinen Kanal, so seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Welt der gepanzerten Fahrzeuge betrifft.